Hallöchen, wir gehen wieder rein. Wir sind... Oh Gott, was hab ich denn hier? Na gut. Nehmen wir, ne? Wir sind auf Rutz. Und ich hab nen ganz komischen Spawn, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann kann ich euch dringend nur empfehlen, übrigens mal reinzuschauen. Escape from Tarkov auf Customs. Krasser Raid, sag ich euch. Absolut Heavy Metal. Hab da was verpasst. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann kann ich euch empfehlen, ein Abo dazu lassen. Und dann passiert sowas nicht mehr. Wenn man die Glocke aktiviert, wird man sogar dran erinnert. Spaß beiseite, würde mich natürlich total freuen und Dankeschön dafür. Oh, da hinten ist einer. Spinnst du? Alter, bin ich hier blöd. Ganz tolle Pose. Ich weiß nicht, ob das grad klug ist, zeitlich, aber... Hm, was weiß? Beliebisch ... Wie geht's geht? èn los! Sicher nicht! Ich muss das nichten hier zu spät schüttern und, bisschen schüttern und schüttern. ... ... ... ... ... ... Black, Monster Black guter Hey Thea, was macht ihr denn immer? 60, Alter, was ist das? Ich bastel um, weil... Das Ding ist versichert Oh ja So Das war's für heute. Der Regen macht es ja echt viel einfacher. Nehmen wir hier eine Shotgun, krass ausgestattet. Ja, das ist gut. Was war das, was war das, was war das, was war das. Leeter Vater. Dieses Nachstopfen, jetzt dauert alles so lange. Zeuski. Der B60. Crazy, oder? Was man hier so wegholzt. Hätte man jetzt noch einen Trinken mitnehmen sollen, für die Runden. Man kann auch hier, die Runden sind. Der B70 ist größer, bis die Runden, die Runden. Dalton, du hast mich recht. Der B70 ist nicht das, ich habe den Ami. Der B70 ist nicht mehr so. 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 Sollte Weiter ist der Regen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Essen und Trinken habe ich wohl jetzt genug für den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Essen und Trinken. Okay, Essen und Trinken. Holla die Waidfee Holla die Waidfee Holla die Waidfee 157, Alter. Holla die Waidfee Okay, das war jetzt gut gebrochen. Holla die Waidfee 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, das sollten wir uns antun. Ich nehme doch schon diese Verzögerung manchmal. Nein, bei dem Gitter. Eigentlich wollte ich übrigens oben das User Camp und den Konvoi entdecken für eine Quest. Aber bei dem Spawn und der Action sind wir mal ehrlich schwer umsetzbar. Und ich bin schon wieder zu schwer. Ja. 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 guck mal mein ausdauer regt mich mal mehr was liegt denn hier mal viel das wenig wert ich gehe jetzt lange aber wenn ich renne ist die ausdauer weg und ich renne erst wenn ich feinkontakt habe und rennen muss in deko und so alles andere gerade behutsam und sorry leute die runde im pfe finde ich relativ kurz musste ich öfter mal heilen munition nachstopfen lieben wie willst du denn die wege für die quest auf so einer map wie woods laufen versteht ihr was ich meine es ist ja es ist doch kein call of duty ich werde es auch kennen der nippel da ein spieler ist so 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 minuten guck mal wie knapp das schon wieder ist das war nicht in ordnung das heißt mit dem spawn wäre es doch unrealistisch gewesen josek camp und den links zu holen und dann kann ich ja nur rich wie ex raus wenn ich das taxi nehmen also auf der also da muss man zweimal fast über die ganze map das ist nicht in ordnung einfach nur rennen und gar nicht mehr irgendwo aber so meine cola müssen wir ausdauerecken auch kurz die ausdauer wenn ich kämpfen muss muss ich mich wehren können muss ich mich wehren können muss ich mich wehren können wo p gg sagen wir mal sind wir mal rausgekommen nicht so wie letzte runde nicht so jung unbedingt angucken es war schlimm es war ganz schlimm ganz schwer zu verkraften level 60 zeuski headshot ja gucken wir mal was wir da jetzt mitgenommen haben zeuski leg dich nicht mit milliarden gibt so für ume naja diese ladezeiten in dem spiel ne so das sortiere ich mir gleich wirklich und räume es erstmal einfach raus ein paar quest items bei das ist schön ach jetzt geht es auf einmal durch schnee guck mal sich hey hält dich fest die gönnen wir uns noch mal so der rucksack ist cool den lassen wir mal an so und dann gucken wir mal kurz was wir hier irgendwie noch machen können turn in das ist eine daily ok nehmen wir mit und warum haben wir ne hier habe ich nichts von Iskra naja ein bisschen was hat es ja gegeben süß die daily hat ja so richtig gelohnt da gönnen wir ja mal so mega ok die waffe war ganz cool ich muss mal gucken ich muss link search dann nehmen wir hier wieder die ammo mit oh 1000 kosten ja nee nehmen wir 120 Schuss so oh das muss dann funktionieren okay für den nächsten rate ich sage an der Stelle vielen lieben dank dass ihr zugeguckt habt ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal machts gut ihr lieben ciao ciao und